So, okay. Mal schauen, ob ich alles habe. Also, Musik, check. Bilder, check. Mein Text, mein, ah, check. Da kann ehrlich nichts mehr schief gehen. Es ist schön. Tief durchatmen und los geht's. Und fünf, vier, drei, zwei. Wuhu, 20 Abonnenten. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Abonnieren. Das ist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Wow, hey, stopp, 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 mach die Musik aus. Hallo. Stopp, nein, nein, nein. Na, also. Okay, siehst wieder aus. Also, was ich euch gerade sagen wollte, war folgendes. Ich habe nur das Place gemacht, weil ich ein leidenschaftlicher Zocker bin und euch gerne an meinem Spaß zerherben lassen wollte. Dass nun natürlich bereits 20 YouTuber mit mir zusammen lachen und fluchen, finde ich einfach nur großartig. Und um ehrlich zu sein, bin ich so ein klein wenig stolz darauf, dass... Wow, stopp, nein, jetzt reicht's langsam. Sofort Schluss damit. Ich bin am Erzählen. Doch, dass ihr heute noch was... Alter, wenn das nicht bald aufhört, ey. Schwöre, ey. Meine Fresse. Okay, ich wollte euch gerade von Wominzoyzita erzählen. Die Dabberin vom Dienst hat sich nach ihren Aussagen nur auf YouTube angemeldet, um mir durchgeknallten Vollvogel mal schreiben zu können. Nur für dich. Alter, ehrlich, ich gebe es auf. Lass mich wenigstens ausreden, bevor ihr die Musik einspielt. Das gibt's doch nicht. Aus der Bahn. Okay. Es ist nämlich ganz anders, als es dieses Lied gerade vermuten ließ. Sie fand einfach mein erstes Let's Play sehr gut. Vor allem, weil ich viel über gar nichts wusste. Es ging um ein Sailor Moon Spiel und ich habe sämtliche Infos über die Serie total facher. Sag das saubere Wort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh Sailor Moon. Na was ist denn Mädels? Du hast das schon. Komm, spiel das ganze Lied ab, damit es sich lohnt. Nicht? Na dann. Es ist schön. Jedenfalls danke ich allen meinen Abonnenten und auch denen, die sich nur einen kleinen Teil meiner Videos anschauen. Wenn ihr Lust habt, empfehlt mich doch weiter. Wenn nicht, ist auch okay. Okay, das war's soweit von meiner Seite. Ich sag dann, ciao und bis zum nächsten Let's Play. Euer Rankin. Mann, 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 gar nicht so einfach das Ganze. Aber ich denke mal, so kann das bleiben. Mal im Ernst, das ist doch gut geworden. Alter Schwede. Alter Schwede. Du bist wirklich jede... Oh nein, bitte nicht. Wenn er so weitergeht, bekomme ich doch ein... Dein Ohrwurm, dein Ohrwurm. Nein!